willkommen zurück zu clash of clans meine lieben freunde ja heute werden wir noch mal ein paar mimen ausbauen und natürlich auch sammler so dann haben wir morgen noch einen sammler übrig nämlich den hier und da können wir morgen früh auch schon das draus machen und ja hier würde ich jetzt mal erst mal sagen machen wir das hier und die nächste kam so wundervoll ist zuviel auch noch zu viel ja ist gar nicht mehr so einfach was gutes zu finden das ist doch was gutes das sollte hinzukriegen sein ja boah ich muss aber echt lange moment da ist ja sogar noch was da ist noch was da ist noch was tolle wurst ja es ist nicht einfach ne vor allem mit ratos 6 werden wir das schon sehr zu kämpfen haben weil ratos 6 werden wir dann auch schon upgrades sehen die einen tag lang dauern ja einen ganzen tag wahnsinn aber ist es wahr manchmal sogar zwei teile das heißt so langsam kommen wir in die phase wo nicht jeden tag ein clash pass aufgenommen werden kann ja bis zum nächsten mal und tschau ja 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 ja